Das wildeste Pferd im Stall von Ford findet endlich den Weg nach Österreich. Der Mustang ist der amerikanische Urmeter, wenn es um sportliche Mobilität mit Stars & Stripes geht. 2015 findet er seinen Weg zum heimischen Ford-Händler und man höre ein Staune, die Amerikaner haben den neuen Mustang tatsächlich auf die speziellen Bedürfnisse Europas abgeschmeckt. Zum Start werden in Europa zwei Aggregate angeboten. Ein sehr amerikanischer V8 mit 5 Litern Hubraum und ein für den Mustang ungewöhnlicher 2,3 Liter Vierzylinder mit 310 PS. Ob echte Mustang-Fans von einem Vierzylinder zu überzeugen sind, bleibt abzuwarten. Der Mustang kommt zum Start in zwei Karosserie-Varianten, als Cabrio und als Coupé. Wir können es jetzt schon kaum erwarten, mit dem Mustang den ersten Ausritt zu wagen.